Das ist geil. Australian Shepherd, Schulterhöhe 55 Zentimeter. Australian Shepherd, da klingelt es doch bei Fans dieser Sendung. Da scheppert es wie gemacht für diesen Parcours. Wenn denn Herrchen Jo Weil viel fleißig und intensiv gearbeitet hat. Wir werden das jetzt kontrollieren. Viel Spaß ihr zwei. Ja, aber der Start sieht sehr professionell aus. Und auch das Tempo ist ein ordentliches. Und guck mal, wie er auch an Herrchen dranhängt. Boah, der Sprung ins Bällebad. Super. Klasse. Und immer bei Herrchen. Immer. Guck mal. Und wie bei Herrchen. Ja, da würde ich schon sagen, das ist fast zu viel. Fragen wir den Profi nachher nach. Soll ich dir denn eine Frage stellen? Ja, ich habe echt geklugscheißert in dieser Staffel. Aber du hast dir ja auch viel angeeignet, wenn es um Hunde geht. Tut mir leid. Nein. So, aber die machen das hervorragend bis hier. So, wenn das jetzt auch noch hinhaut, dann wird er Hundetrainer. Sky, komm her. Sky oder Jo? Hier, Sky. Ja, auch die Technik haben wir bei diesem Hindernis. Ja, nach hinten runter. Ja, genau. Nach hinten runter. Wenn er es schafft, dass er über die Heckklappe runtergeht. Oh, super, 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 super. So, und in dem Moment hat er, das ist auch eine Frage, hat der Shepard schon gelernt? Hat er in diesem Moment das Hindernis gelernt? Das kann durchaus sein. Also das, ja, das sind ja unglaublich wissbegierige, lernbegierige Hunde. Das ist geil. Du darfst den Ref jetzt schieben. Jetzt kommt doch die Hilfe von Jo. Ja, das reißt sich um, aber da war er fast selber durch. Aber das ist spannend, wie extrem er immer an Herrchen ist. Ob das jetzt an Leckerli liegt, die in der Hosentasche sind, keine Ahnung. Dominosteine. Kein Problem, sofort gibt es ein Leckerli. Der Hund erschreckt sich nicht und es geht über die Brücke. Das ist, also mit der Leistung kann man hier in einer regulären Folge bei Top Dog Germany sofort dabei sein. Auf jeden Fall. Also das, das muss man ganz deutlich so sagen. Das ist richtig stark. Und der Hund hat Spaß. Und ist immer bei Herrchen. Dann guckt er das an. Ja, der will die Leckerli. Da sind die Leckerli in der Buchse und da will er ran. Scheiße, das ist das Ganze. So, und jetzt, jetzt, jetzt. Komm, Bindung zum Herrchen, dann geht es hinterher. Sie ist da. Ja, ja, komm, der Ball vielleicht nochmal als Reiz. Komm. Ja, also Superschwimmer, Fan ist er nicht. Sky, ein Hund, der bis zu diesem letzten Hindernis super performt. Aber jetzt das Wasser ist nicht seins. Und vielleicht ist es exakt dieses Becken wieder. Komm nicht, das kannst du. Hier an der Seite steht sonst eine Box im Wasser. Da kannst du rauf. Hier vorne. Sky findet aber das als einziges Hindernis einfach nicht so super. Ja. Und weißt du, was der Punkt ist? Er will ja Herrchen gefallen. Und jetzt funktioniert das nicht so. Und irgendwas stimmt nicht. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung gleich. Pass auf. Herrchen passt auf. Jetzt ist er gleich raus aus dem Wasser. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja, und auch eine super Zeit. 1750 gehen damit an das Tierheim Fulda-Hünenfeld e.V. Und wer weiß, welche Summe noch dazu kommt. Jo und Sky haben erstmal einen super Job gemacht. Und vielleicht kommen sie auch noch ins Stockhaus. Das war richtig gut. Und wie gesagt, zwar nur dieses Planschbecken da, aber bis dahin sensationell. Das muss man wirklich sagen. Und wie gesagt, zwar nur dieses Planschbecken da,